Musik Als schwäbisches Wasseraufbereitungsunternehmen wurden wir in der Branche mit 6-Volt-Medaillen ausgezeichnet. Da ist es für uns Schwaben natürlich eine Verpflichtung, mit intelligenten Lösungen aufzuwarten. Aus diesem Grunde haben wir hier ein Patent präsentiert, intelligente Heizungswasserbefüllung. Das bietet dem Monteur und dem Heizungsbauer die Möglichkeit, auf intelligente Art und Weise einen sinnvollen Nutzen für den Verbraucher zu stiften, indem er VDI-konform Heizungsanlagen auf einfachste Art und Weise effizient befüllen kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017